Servus liebe Trader, im Zuge der Berichtssaison geben sich ja gerade täglich neue Gewinneraktien zu erkennen. Heute schauen wir uns in einem kurzen Video an, wie wir die TraderFox Börsensoftware nutzen können, um ein Screening zu erstellen, um auf neue Trading Chancen aufmerksam zu werden. Auf TraderFox.com bin ich schon eingeloggt, ich gehe mal kurz auf einen neuen Trading Desk, den ich hier schon vorbereitet habe. Jetzt haben wir eine leere Schaltfläche und alles was wir nur benötigen ist eine neue Kursliste. Die können wir hier über den Reiter Listen öffnen, zum Beispiel die 1000 Volumen stärksten US-Aktien. Jetzt haben wir hier 1000 Aktien drauf und die wollen wir eben gezielt nach Quartalszahlen, die überzeugt haben, filtern. Dafür klicken wir hier auf das grüne Plus, kommen dann zur Spalte Earning Events und klicken dort auf Letzter Quartalsbericht. Jetzt haben wir zwar immer noch 1000 Aktien drauf, aber mit der Filterebene, die hier neben dem Glockensymbol ausgewählt werden kann, können wir jetzt hier mit dem Plus über der Spalte Letzter Bericht, die wollen wir ja verändern, die Parameter einstellen und sagen, wir wollen zum Beispiel nur Quartalsberichte sehen innerhalb der letzten 10 Handelstage. Und vor allem ganz wichtig natürlich, die Aktie soll positiv auf die Quartalszahlen reagiert haben. Das ist dann meist natürlich auch ein Indikator dafür, dass die Erwartungen übertroffen wurden. Deswegen sagen wir, am Berichtstag selbst nach den Zahlen soll die Aktie um zumindest 3% zugelegt haben. Seit dem Berichtstag, also bis zum heutigen Datum, soll der Impuls auch nicht abverkauft worden sein. Darum setzen wir hier zum Beispiel eine Performance von zumindest 0% voraus. Das heißt, wir finden jetzt keine Aktien mehr, die nach den Earnings unter dieses Ausgangsniveau gefallen sind. Ich schließe die Filterebene wieder und wir finden sofort spannende Aktien. Was ich jetzt nur noch machen muss, ich klicke einmal hier auf Letzter Bericht drauf und bekomme dann in absteigender Reihenfolge sortiert die Aktien mit der höchsten Performance seit dem Berichtstag. Wir sind jetzt hier vorbärslich unterwegs, da kann es ab und zu vorkommen, dass sich kleinere Fehler einschleichen. Eine Pinterest, das stimmt zwar, hat am Berichtstag 11% zugelegt, seitdem aber noch keine 274%. Also ab Enphase stimmt es dann auch wieder, aber dennoch schauen wir uns Pinterest ganz kurz an. Ein sehr spannender Rebound-Kandidat aktuell. Da waren eigentlich gar nicht die Zahlen für diesen Aufwärtsimpuls verantwortlich, sondern der neue CEO Bill Reddy ist sehr spannend. Der war nämlich zuvor bei Google und PayPal in einer Führungsposition aktiv. Hat zum Beispiel bei Google mitgearbeitet am Angriff auf Amazon. Also Google möchte ja vor allem aus der Suchmaschine heraus direkte Transaktionen, also den Online-Einkauf ermöglichen. Und ja, mit PayPal natürlich kennt er sich auch Bezahlungsdienstleistungen aus. Jetzt soll das Know-how genutzt werden, um beim Social-Commerce-Trend besser Fuß zu fassen, also Einkäufe über soziale Medien. Und Pinterest macht es ja bisher sehr geschickt. Man hat ein nicht kopiertes Geschäftsmodell. Kunden kommen, um sich dort Inspirationen zu holen für neue Produkte. Also dort sucht man nicht gezielt nach Marken, sondern nach verschiedenen Kochrezepten, Urlaubszielen, Möbeln, also Einrichtungsgegenständen. Denn was halt gefällt, wird so auf neue Produkte aufmerksam. Was bisher aber noch nicht möglich ist, ist die direkte Verkaufsabwicklung über Pinterest selbst. Das dürfte sich mittel- bis langfristig ändern und bietet enormes Potenzial. Der Social-Commerce-Trend global gesehen war im letzten Jahr noch etwa 584 Milliarden Dollar groß und soll bis 2030 schon auf über 6 Billionen Dollar anwachsen. Also sehr schöner neuer Aufwärtsimpuls sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Absoluter Leader-Stock aktuell, eine Enphase. Da sehen wir zum Beispiel vor sieben Handelstagen wurden die Zahlen präsentiert. Um 17,9% ging es nach den Zahlen, also am Berichtstag selbst nach oben. Und seitdem um knapp 34% eine Aktie, die diesen Impuls auch sehr schön verteidigt. Und jetzt als Leader im Technologiesektor schon auf neue Altzeithochs ausbrechen kann. Der Hersteller von Wechselrichtern profitiert vor allem von der Internationalisierung, hat nicht nur im Heimatmarkt neue Umsatzrekorde verbucht, sondern konnte auch in Europa sequentiell um 69% wachsen. Erwartet wurde nur ein Wachstum von 40% und auch die Prognoseanhebung hat schon wieder eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung signalisiert. Uber ist auch so ein spannender Rebound-Kandidat nach den Quartalszahlen. Da sehen wir es auch, erst vor zwei Handelstagen verkündet. Wenn ich hier dann immer auf die Spalte Letzter Bericht draufklicke, also auf die Performance, dann seht ihr schon, dann geht nicht wie gewohnt der Chart einfach nur auf, sondern die entsprechende Candle mit dem Berichtstag wird auch eingekreist. Ich kann das sofort besser nachvollziehen. Und Uber beginnt jetzt auch hier eine neue Aufwärtsbewegung zu starten. Man profitiert vor allem sehr stark vom Reopening, also generell auch die Sommermonate saisonal betrachtet stärker. Die Fahrgeschäfte sind jetzt wieder auf dem Niveau des Liefergeschäfts, was den Umsatz betrifft. Und auch die Nutzerzahlen, sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Verdienern, wie man sagt, also den Fahrern, sind auf einem neuen Allzeithoch. Das Abo-Modell Uber One hat einen Meilenstein erreicht mit jetzt 10 Millionen Abonnenten. Und auch die Analysten sind sehr zuversichtlich. Raymond James zum Beispiel hat gestern nochmal auf 38 Dollar hochgestuft. Sagt, das Ziel von einem EBITDA von 5 Milliarden Dollar bis 2024 scheint greifbar. Überrascht hat das Unternehmen nicht nur beim EBITDA, sondern auch beim Free Cash Flow. Das Unternehmen kann sein Wachstum jetzt auch besser finanzieren und bietet vor allem langfristig auch durch die Internationalisierung nicht zuletzt auch eine sehr spannende Wachstumsstory. Und da seht ihr schon, ihr werdet auf sehr viele spannende Kandidaten aufmerksam. 5.9 gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut aktuell. Startet jetzt hier auch eine neue Aufwärtsbewegung nach den Quartalszahlen. Profitiert vor allem vom Umstieg zu Cloud-basierten Kundensupportzentren, die vor allem jetzt auch im Zeitalter der hohen Inflation punkten könnten, weil Unternehmen auch mit diesen Lösungen, mit der Automatisierung, mit Chatbots der künstlichen Intelligenz auch Kosteneinsparungen sogar erzielen können. Alles, was ihr benötigt, um dieses Screening in dieser Form durchführen zu können, das ist das Abo zur Börsensoftware. Auf Traderfox.de gibt es beim Bestellenreiter das entsprechende Abo dazu. Täglich greifen wir natürlich auch in den Live-Trading-Sektionen diese spannenden Stories auf und fassen sie in Artikeln für euch zusammen. Wenn euch das interessiert, dann am besten gleich das Upgrade holen für 49 Euro. Das Live-Trading-Abo, da ist die Börsensoftware auch mit dabei. Sieht dann so aus. Im Kundenbereich selbst zum Beispiel könnt ihr auf die Kategorie USA und International gehen. Da hatten wir gestern zum Beispiel auch eine Altrix drinnen, Wachstumsbeschleunigung auf 50%. Die Aktie hat einen sehr spannenden adressierbaren Markt, profitiert auch von Automatisierungslösungen, um manuelle Datenaufbereitungsprozesse vereinfachen zu können. Da gehen jährlich Milliarden von Arbeitsstunden weltweit verloren. Und natürlich ist hier die Story, wir haben einen globalen Arbeiterengpass, wir haben hohe Personalkosten und da sind diese Lösungen jetzt auch vermehrt gefragt. Wir stellen hier täglich neue Chancen vor. Schaut euch das Ganze in Ruhe an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann natürlich viel Erfolg mit euren Trades.